Hallo Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute wie man mit drei Bällen jongliert. Und wenn man das Ganze kann, dann sieht das so aus. Ich zeige euch das Ganze jetzt nochmal in Zeitlupe. Und wie müsste es vorgehen? Also, als erstes würde ich euch empfehlen mit einem Ball anzufangen. Das heißt, ihr haltet die Hände hier ungefähr in einem 90 Grad Winkel, neben dem Körper. Aber nicht so weit weg, sondern eher so, also nicht dran pressen jetzt, aber schön locker hier unten halten. Dann geht ihr ein bisschen nach unten. Wenn ihr rechtshinter seid, würde ich euch erstmal empfehlen mit der rechten Hand anzufangen. Wenn ihr linkshinter seid, erstmal mit der linken. Das heißt, ihr geht einmal ein bisschen mit der rechten Hand nach unten. Und werft dann rüber. Und dann würde ich euch empfehlen, dass ihr versucht, das auch gleich mit der anderen Hand zu machen. Also nicht nur mit rechts, sondern auch gleich mit links. Und dann solltet ihr den Ball hier in so einem schönen Bogen fliegen. Und man kann sich auch immer noch ganz gut vorstellen, dass es hier so ein Viereck ist. Und dann solltet ihr den Ball immer aus der rechten Hand hier oben hinfliegen. Und aus der linken Hand hier oben, dass er dann auch schon runter fliegt. Das heißt, so hoch, dann fliegt ihr hier runter. Und dann muss man das halt üben, damit man das auch wirklich gut kann. Also das ist sehr wichtig, dass man das sehr gut kann. Weil sonst kann man mit zwei Bällen oder spätestens mit drei Bällen schon ein Problem. Wenn man das dann sicher kann mit beiden Händen, kann man sich den zweiten Ball dazu holen. Mit zwei Bällen ist es dann wie mit einem Ball. Man wirft den einen Ball hoch. Und wenn der dann hier oben ist, wirft man den zweiten Ball. Und gerade wieder runter fällt, wirft man den zweiten Ball in die andere Richtung. Das heißt, hoch, hoch. Hoch, hoch. Und wenn du die Arme genau hier so lassen. Hoch, hoch. Und dann kann man es auch schneller machen dann zum Schluss. Das Ganze sollte man natürlich auch wieder so lange üben, bis man es gut kann. Und dann kann man sich auch schon den dritten Ball nehmen. Drei Bällen bringt man das Ganze dann in eine fließende Bewegung. Und man wirft wieder den ersten Ball schräg. Und wenn der wieder runter fällt gerade, den anderen Ball schräg. Und dann hat man hier noch den zweiten Ball in der rechten Hand. Wenn ihr rechts hinter seid, wenn ihr links hinter seid am Anfang. Und wenn der dann runter fällt, wirft man einfach weiter mit dem Ball. Und dann hat man hier wieder einen Ball und dann da wieder. Und dann kann man immer weiter wirfen. Das heißt, ihr werft den Ball hoch, werfen, werfen, werfen. Und da könnt ihr einfach mal am Anfang probieren. Erstmal drei Würfel hintereinander. Also die Anfangsbälle müssen die Hand wechseln. Das heißt, werfen, werfen, werfen. Und dann könnt ihr entweder fangen, wenn ihr schafft oder ihr fällert einfach runter. Dann könnt ihr auch mal mit der linken Hand anfangen. Werfen, werfen, werfen. Und so übt ihr dann einfach die ganze Zeit. Das kann schon lange dauern, bis man das kann. Die drei Anfangswürfe, bei manchen wird es aber auch relativ schnell gehen. Und wenn ihr dann die ersten drei Würfel sicher beherrscht. Das sind diese hier. Eins, zwei, drei. Oder auf der rechten Hand. Eins, zwei, drei. Dann könnt ihr einfach weitermachen. Das heißt, eins, zwei, drei. Vier, fünf, sechs. Sieben, acht, neun. Zehn, elf, zwölf. Und so lange, bis halt irgendein Ball runter fällt. Und ansonsten müsst ihr dann einfach so lange üben, bis ihr es halt gut könnt. Das war auch schon der ganze Trick mit drei Bällen. Und wenn euch das Video geholfen hat und gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und bei Fragen schreibt es einfach in die Kommentare. Dann helfe ich euch da gerne weiter. Und wenn ihr jetzt noch Chompiliertricks für Anfänger sehen wollt, weil ihr Chompiliertrawellen mittlerweile beherrscht, verlinke ich euch hier ein Video. Das sind ziemlich einfache Tricks. Und ansonsten sehen wir uns nächsten Samstag um 16 Uhr wieder. Und bis dahin, ciao.